ARD Text im Auftrag des ZDF Kein Schritt weiter! Los, los, los! Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen! Entschuldige, Dad. Es läuft ja grad nicht so richtig gut für mein Theater. Also, was werde ich tun? Aufgeben? Nein. Meine nächste Show wird... Trommelwirr, bitte. Eine Castingshow! Fängt nach! Dein Nachbar, der... Der Lebensmittelhändler! Der Hahn! Ja, genau der! Echte Talente aus dem echten Leben! Norman, sag Ihnen bitte, dass ich eine tolle Sängerin bin. Ja, du warst mal echt gut, Hanni. Übrigens, der Abfluss im Bad ist schon wieder verstopft. Ich will hier gewinnen. Dieser Preis ist meiner. Jeder in der Stadt kriegt eine Chance, ein Star zu sein! Live auf meiner Bühne! Run my, run my, run my! Oh, come on, lady! You're my butterfly! Sugar, baby! Oh. My. Gosh! Look at her butt! Oh. My. Gosh! Look at her! Like the wheel! Ride like the wheel! Yeah! Alles okay? Oh ja, alles super, danke! Wie geht's Ihnen? People say, yo, Humpty! You're really funny looking! Darling, stay with me! Wow! Diese Show wird ein Theater nicht retten. Vielleicht ist es Zeit für einen Neuanfang. Komm schon, du weißt genau, wie viel uns das hier bedeutet. Nur singen reicht nicht! Lass alles raus! Dein Feuer und Verlangen! Das Feuer ist schon vor lange mal los. Du glaubst nicht, was ich heute getan habe! Dad, ich will nicht mehr in deiner Gang mitmachen. Ich will Sänger werden. Womit habe ich bloß so einen Sohn wie dich verdient? Ich krieg dich hier raus! Der hätte dich besorgt, das Geld irgendwie versprochen! Mir würden ein paar extra Klavierstunden echt helfen. Ja, das war wirklich sehr schlecht. Ein ganz besonderer Moment in unser aller Leben. Wir hocken bis die schwarze Kracht, oder? Ja! Angst darf dich nicht davon abhalten, das zu tun, was du liebst. Wenn man ganz unten angekommen ist, dann geht es nur noch in eine Richtung! Und zwar nach oben! Sing! Unser Markt schließt in 15 Minuten. Anilä in Gang 6. Das war der Hammer! Punkt! 1 2 2 3 3 5 5 5 6 7 6 7 10 7